Lange angekündigt, der Nissan Ariya. Jetzt ist er endlich auf der Straße. Wir hatten heute schon die Gelegenheit, mit dem Auto hier in Schweden ein paar Kilometer zu fahren. Und damit herzlich willkommen bei Electric Drive, dem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Und damit auch viele Grüße aus der Electric Drive-Redaktion. Anlässlich der Vorstellung des Ariya spricht Nissan von einem neuen Kapitel auf dem Weg in die Zukunft der Elektromobilität der Marke. Eingeschlagen hatte Nissan diesen Weg mit dem Nissan Leaf. Seit seiner Markteinführung im Jahre 2010 hat sich das E-Fahrzeug weltweit mehr als 380.000 Mal verkauft. Europaweit waren es seither mehr als 200.000 Stück. Der Ariya scheint das Zeug zu haben, in die großen Fußstapfen zu treten. Fast 1.000 Vorbestellungen wurden laut Deutschland-Marketing-Chef Frank Niewöhner bisher für das neue Flaggschiff der Marke registriert. Und das alles, ohne dass bisher ein Kunde in dem Fahrzeug gesessen oder ihn gar gefahren hat. Schauen wir doch zunächst einmal auf die Maße und technischen Daten. Mit einer Länge von 4,60 m, einer Breite von 1,85 m ohne Außenspiegel und einer Höhe von 1,66 m ist der Crossover eindeutig ein Vertreter der Kompaktklasse. Der 2,78 m lange Radstand indessen bietet den Insassen ein Raumangebot, das mindestens eine Klasse höher anzusiedeln ist. Der Kofferraum fasst bei der Version mit Frontantrieb 468 Liter. 415 sind es beim Allradler, der jedoch erst im kommenden Jahr in den Handel kommen soll. Bei umgeklappten hinteren Lehnen erweitert sich das Raumangebot auf einer ebenen Fläche bis auf maximal 1.775 Liter. Mit der optional erhältlichen Anhängerkupplung kann eine Last von 750 kg beim Fronttriebler bzw. 1,5 t beim Ariya mit Vierradantrieb gezogen werden. Auf den serienmäßigen 19 Zoll Alu-Räder sind zwei 35-55er Reifen montiert. 20 Zoll Felgen mit zwei 55-45er Pneus sind optional zu haben. Angeboten wird der Nissan Ariya mit zwei unterschiedlichen Batterien, die eine Kapazität von entweder 63 oder 87 kWh haben. Bei den Fronttrieblern haben Kunden die Wahl zwischen E-Motor mit einer Leistung von 160 oder 178 kW und jeweils 300 Nm Drehmoment. Der Allradler später wird den großen Akku und 225 kW Leistung sowie 600 Nm bekommen. Laut Datenblatt sprintet der Nissan Ariya in 7,5 bzw. 7,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. 5,7 Sekunden sollen es beim AWD-Modell sein. In der Spitze sind demnach 160 oder eben 200 km pro Stunde möglich. Die unterschiedlichen Reichweiten des zwischen 1,8 und 2,3 Tonnen schweren Ariya gibt Nissan für die Modelle mit Vorderradantrieb mit bis zu 403 km für das Basismodell und mit bis zu 530 km für den Akku mit mehr Kapazität an. Bis zu 500 km sollen es beim AWD-Modell sein. Ladetechnisch steht für das Einstiegsmodell lediglich ein einphasiger Onboard-Lader mit 7,4 kW zur Verfügung. Auf Wunsch und zu einem happigen Aufpreis von 2500 Euro gibt es die dreiphasige Ausführung, die dann 22 kW transportieren kann. Damit dauert es dann 3,5 Stunden, um den Akku von 10 auf 100% zu laden. 5 Stunden sind es bei der größeren Batterie, die serienmäßig mit einem 22 kW Lader kombiniert ist. Doch auch Schnellladen mit Gleichstrom und dem CCS-Stecker ist möglich, dann dauert es 28 bzw. 30 Minuten, um den Energiestand des Akkus von 20 auf 80% zu erhöhen. Während der Fahrt ermittelt der Routenplaner des Navigationssystems die Verfügbarkeit von Ladestationen und die verbleibende Restkapazität. Um die Wohlfühltemperatur des Akkus fürs Laden zu erreichen, lässt sich die Batterie entsprechend vorkonfigurieren. Dieses geschieht aber leider nicht automatisch, selbst wenn eine Ladestation als Zielort ausgewählt wurde, sondern muss manuell etwa 30 Minuten vor dem Erreichen gestartet werden. Das ist aber keinesfalls nur mit einem Klick möglich, stattdessen sind mehrere Schritte über den Touchscreen notwendig. Über das mit TomTom kombinierte Navi kann aber zumindest mit einem Filter nach DC-Ladestation gesucht werden. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Klimaanlage. Mit der Wahl auf Automatik schaltet sich automatisch die Belüftung der vorderen Sitze ein. Die wiederum muss dann händisch über ein kleines Symbol auf dem Screen zunächst angewählt und dann wieder ausgeschaltet werden. Weshalb das so ist, bleibt ein unbeantwortetes Rätsel. Wunderbar und echt luxuriös gelöst ist dagegen die Gestaltung der Bedienleistung für die Klimaanlage. Die entsprechenden Symbole liegen auf einer vom Fahrerplatz bis zur rechten Seitentür führenden und sehr edel aussehenden Leiste unterhalb des eigentlichen Armaturenträgers. Das Verstellen wird jeweils haptisch bestätigt. Für die Lautstärkeregelung ist ein zentral angeordneter Drehschalter zwischen Bildschirm und dieser Leiste platziert. Überhaupt hinterlassen die Materialien im Innenraum generell einen hochwertigen Eindruck. Das beginnt mit den beiden zusammenhängenden 12,3 Zoll großen hochauflösenden TFT-Displays für das Kombi-Instrument und das Infotainment-System. Das beheizbare Multifunktionslenkrad liegt gut in der Hand. Die ebenfalls beheizbaren und zu belüfteten Sitze sind gut gepolstert. Die Mittelkonsole mit einer Ladeschale für das Mobiltelefon liegt ausschließlich zwischen den beiden elektrisch verstellbaren Vordersitzen, kann aber ebenfalls auf Knopfdruck ein paar Zentimeter vor- oder zurückgefahren werden. Der Fußraum wirkt so sehr luftig und geräumig. Und wenn es um Raum geht, dann haben die Mitreisenden im Fond viel Freude. Denn hier gibt es jede Menge Platz. Das gilt für Füße, Beine, Ellbogen und über dem Scheitel. Auch dann, wenn das 2.000 Euro extra kostende Panorama-Glasschiebedach verbaut ist. Zudem sind die beiden äußeren Plätze hinten sogar beheizbar. Das Gepäckabteil lässt sich durch eine große und ausreichend weit nach oben öffnende Heckklappe einfach beladen. Unter dem Ladeboden liegen weitere Staufächer für Ladekabel und anderen Kleinkram. Zwei separate Deckel erleichtern hier den Zugriff. Optisch preist Nissan in Aria als Design-Ikone an. Zugegeben, die Gestaltung der glattflächigen Karosserie mutet schon futuristisch und damit gewöhnungsbedürftig an. Die mächtige Front wird zwar von feinen Lichtleisten und Lufteinlässen durchbrochen. Doch wählt der Kunde eine dunkle Lackierung, hat der Aria anders als bei hellerer Farbe einen ziemlich bulligen Auftritt. Daran ändert auch die nach hinten abfallende Dachlinie nur wenig. Das aber lässt die Karosserie zumindest coupéhaft und langgestreckt wirken. Wie der Renault Megane e-Tech nutzt auch der Nissan Aria übrigens die neue CMF-Plattform der Allianz. Damit baut die im Boden liegende Batterie um 33% flacher als noch beim Leaf. Die Gewichtsverteilung zwischen den beiden Achsen ist damit so gut wie ausgeglichen. Zwar lassen es die Tempobeschränkungen in Schweden kaum zu, auf öffentlichen Straßen das Fahrwerk hinsichtlich seiner sportlichen Merkmale auf die Probe zu stellen, doch in dem ein oder anderen Kreisverkehr, in zwei, drei engen Kurven sowie bei bewusst herbeigeführten schnellen Ausweichmanövern hat der Nissan Aria unter Beweis gestellt, dass die Entwickler gute Arbeit geleistet haben. Der Wagen bleibt sauber und problemlos in der Spur, zeigt kaum Wankbewegung und reagiert recht prompt auf Lenkanweisungen. Das gilt sowohl für den Komfort als auch für den Sportmodus, die außer einem Eco-Modus manuell angesteuert werden können. Im Sportmodus strafft sich der Aria spürbar. Der Komfort stand jedoch bei der Abstimmung von Federung und Dämpfung eindeutig im Vordergrund. So passiert der Aria auch schlechte Fahrbahnabschnitte, ohne dass Schläge oder Stöße im Innenraum zu spüren sind. Zu loben ist außerdem die Dämmung, denn weder Wind- noch Abrollgeräusche stören das Wohlbefinden. Zudem tragen Antriebs- und Durchzugskraft des Nissan Aria ebenfalls bei. Wir waren mit der 160 kW starken Basisversion unterwegs und müssen sagen, die Leistung sollte für die meisten Ansprüche ausreichen. Gut, auf Landstraßen oder Autobahnen in Deutschland wird ein wenig flotter gefahren. Von daher könnte die zweite Leistungsstufe kombiniert mit der dann auch größeren Batterie eine empfehlenswerte Option sein. Wenn es um den Verbrauch geht, überzeugte die Basisversion des Aria angesichts der vorgeschriebenen extremst ruhigen Fahrweise indessen mit Bestwerten. Ein Durchschnittsverbrauch von 13,9 kWh für 100 km zeigte der Bordcomputer nach etwas mehr als 90 km Testfahrt an. Das lag deutlich unter dem WLTP-Wert auf dem Datenblatt. Hier sind 17,6 kWh auf 100 km notiert. Übertragen auf einen aktiveren rechten Fuß auf deutschen Straßen sollte dieser Wert dann durchaus realistisch sein. Der Einstiegspreis für den Nissan Aria liegt bei 47.490 Euro. Nach Abzug der Mehrwertsteuer liegt der Wagen damit im Förderungsrahmen, sodass es aktuell noch eine Förderung in Höhe von 9.500 Euro gibt. Der Aria mit dem größeren Akku und Mehrleistung startet bei 56.990 Euro und die Allradvariante soll ab 59.990 Euro zu haben sein. Serienmäßig ist schon die Basisversion recht umfangreich bestückt. Unter anderem sind Wärmepumpe, ein Mode 3 Ladekabel, Audio-Navigationssystem, der Sprachassistent, das drahtlose Apple CarPlay, eine Rückfahrkamera, USB-A und C-Eingänge vorne und hinten, LED-Ambientebeleuchtung, asymmetrisch geteilte Rückbank, 19 Zoll Alu-Räder, elektrisch bedienbare Heckklappe und LED-Lichtanlage verbaut. Ebenfalls im Preis inbegriffen ist eine 160.000 Kilometer oder 8-jährige Garantie auf die Batterie. Und jetzt zurück zu Wolfgang. Das Fahrverhalten ist gut, der Motor sowieso. Innen sind die Materialien wirklich sehr schön gemacht. Jetzt sind wir aber gespannt auf eure Meinung. Schreibt es uns in die Kommentare, gebt uns ein Like und wenn ihr noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall auch ein Abo. Schreibt es uns in die Kommentare, gebt uns ein Abo.